Mein Name ist Kurt Thomas. Ich führe in der fünften Generation die Unternehmensgruppe Thomas GmbH. Wir haben zwei Standorte. Wir sind einmal in Steinfeld vertreten mit 1300 Quadratmeter Verkaufsfläche und im Wohnmarkt Nehmann in Vechta mit über 2000 Quadratmeter Verkaufsfläche. Was zeichnet uns aus gegenüber unseren Mitbewerbern? Zum einen ist es unsere Kompetenz, die Kundenorientierung und unsere Zuverlässigkeit. Ich beschäftige zwei Raumausstattermeister und zwei Näherinnen, die die Kundenwünsche realisieren. Wir haben über 5000 verschiedene Gardinenmuster, wo der Kunde vor Ort bei uns im Geschäft oder aber auch zu Hause in aller Ruhe aussuchen kann. Wir bieten Homeservice an, inklusive Stilberatung. All unsere Matratzen, wir haben über 50 verschiedene Matratzentypen im Haus, kann der Kunde zu Hause kostenlos, absolut unverbindlich zu Hause ausprobieren. So passiert, dass er keinen Fehlkauf leistet und er auch Jahre später mit der gekauften Matratze zufrieden ist. Wenn wir einen Artikel nicht lagernd haben, können wir den Artikel innerhalb von kürzester Zeit besorgen. Der Kunde kann den dann bei uns im Geschäft innerhalb von wenigen Tagen abholen. Wenn er keine Zeit hat, bekommt er ihn auch kostenlos per DAL geliefert. Wir haben ein Lager mit über 6400 Lagerfächern, wo über 50.000 Tapeten eingelagert sind. Wir sind einer der drei großen Versandhändler für Tapeten in Deutschland. Bei uns verlässt jeden Tag zwischen 150 und 250 Pakete das Lager. Zum Schluss wünsche ich allen Betrachtern ein gesegnetes und ruhiges Weihnachtsfest. Wir würden uns freuen, wenn wir Sie in Zukunft bei uns im Laden persönlich begrüßen dürfen.